Das Monster im Wandschrank Der Vater küsste seinen Sohn auf die Stirn, als er ihn ins Bett gebracht hat. Der Sohn sprach daraufhin den Satz, den er jeden Abend seit ein paar Jahren sagte. Papa, da ist ein Monster in meinem Wandschrank. Sohn, antwortete der Vater, es gibt keine Monster. Vertraue mir, ich habe dasselbe gedacht, als ich ein Kind war. Er schloss, ging hinaus und schloss die Türe. Die Schranktür öffnete sich, als der Junge sich unter seiner Decke versteckte. Du weißt, dass er dir nicht glauben wird? Sohn. 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 Sohn.